ja und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen aufnahme zu dual zu weising ich bin martis gaming und ich freue mich dass ihr wieder zur zeit eingeschaltet habt zu dieser tollen aufnahme wir sind level 17 wir wollen natürlich noch ein paar level aufsteigen und wir gehen ins rennen aber wir sehen hier im rennen wir können endlich eine private multiplayer session machen das finde ich super das finde ich super dann kann man die mal freunde einladen und dann nicht mal ein paar ründchen alleine zocken das finde ich super dass man das machen kann jetzt da kann ja gar nichts mehr schief gehen ich hoffe mal dass ein paar leute das haben ich glaube ja nicht von den leuten die das spielen könnten würde wollen ich habe keine ahnung aber wenn ihr bock habt und eine private session oder was machen wollen könnte mich auch gerne anschreiben können wir gerne was gemeinsam machen also gut bin ich jetzt nicht da jetzt mal ne ich bin auch eher so derjenige der sagt ne vielleicht erst mal so die leichten am anfang bevor man jetzt so schwer und extrem geht das sollte man vielleicht auch gucken aber dafür bin ich ja da um hier die rennen zu machen um hier so ein paar neue sachen kennenzulernen wir haben hier ein paar neue stadien wir haben hier irgendwas noch am laufen ne haben wir nicht wir haben hier noch ja wir haben hier hier was neu ist das ist noch nicht so doch das ist schon da war ich aber glaube ich schon technik parcours habe ich den schon gemacht ja ich habe meine bestheit ist 239 meter die bombe war das ja richtig genau da war ich ja schon habe ich ja schon gemacht da gibt es jetzt noch die 66 da habe ich keine ahnung was das ist dann haben wir hier noch die trials sing da habe ich ein level 22 habe dann richtig die nächste stufe und wir können auch da ein paar neue sachen lernen machen war natürlich auch noch mal irgendwann dann habe ich gesagt die 66 dann haben wir hier oben noch ein neues yellowstone meine bestzeit das ist schon gold ach so moment ist schon gold ja gut wir sind ja eigentlich in europa momentan also ich habe hier noch nicht auf gold gemacht da habe ich noch nicht geschafft aber wir haben ja hier noch so ein paar sachen die wir auf gold machen wollen ich weiß jetzt gar nicht glaube hier habe ich auch schon gemacht den habe ich schon noch nicht gemacht da steht noch keine besser drin von mir und gucken wo habe ich jetzt was gemacht von mir und wo nicht aber ich möchte ganz ganz zu el tomate da gehen wir jetzt hin gucken da bist du ja ich habe einen interessanten vor vertrag für dich her wie so bronze baby schlage bronze baby alles klar auf der annehmen klar empfohlen ist der wien auch du scheiße ja natürlich der wien auch der haben von mir momentan so ein bisschen ja also ihn muss ich schlagen bronze baby el tomate bin mal gespannt wenn ich el tomate schlagen kann dann meint hat natürlich okay alles klar ja gut man okay nochmal neu gott es wird heute sehr viel versuche geben ja 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 das kann ruhig sein oder haha gut und ich habe vorhin nämlich auch schon noch mal ein paar sachen gemacht für ähm ach man das ist das so eine scheiße okay ich mache das mal so mal gucken ob ich el tomate schlagen kann bronze baby bronze nach komm komm aber der ist ja ganz hinten oh alter oh alter der ist ja immer noch nur noch da ganz hinten warum macht er sowas ist das so eine kacke jetzt dreht sich das auch noch jo na super okay 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 da habe ich es geschafft war und ich habe noch niemals silber ja natürlich da hinweg schon okay ich habe auf jeden fall bronze baby geschlagen ich habe bronze naja gut kann man kann man besser machen aber gut dann guck mal ob ich das schlagen kann also bezahlen ich mache das nicht normal sondern wird jetzt ein hauftrag abgeschlossen ja fortsetzen stufe 18 oster ausstattungskiste alles klar ich habe hier etwas aufgefahren gott eine neue schule oder was robert brust der schwede ja geil hier habe den den habe ich gemacht ne den habe ich auch gemacht den habe ich anscheinend noch nicht gemacht dann mache ich den mal äh ich mache den video am besten weil vielleicht ist der besser für alle anderen ich weiß es aber nicht genau ob der besser ist für diese tat hier ich weiß auch nicht ob ich das gemacht habe weil er stand da nicht verfügbar also meine zeit war nicht vorhanden die ich gefahren bin sonst hätte man das ja sehen können und guck mal hier sind ein paar pepino ist da pluto und wappet wappetippus ja und und ein matzi ist dazwischen irgendeiner wird keine medaille kriegen nicht mehr als sechs fehler ach da war ja was okay wow wow ja natürlich oh ja klar gut oh okay okay ja einfach mal gucken wie nein 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 oh scheiße jetzt muss man halt mal gucken wie man da oh scheiße also ich könnte noch braun zu werden das ist ja das ist ja mit der bahn ist ja alter schwede jo dafür könnt ihr mal gerne ein like da lassen oh okay alles klar wow gut jetzt auch noch über lava ähm 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 oh toll ey alter ja ist gut jetzt alter was ist das denn für eine scheiße man da reicht man sich treppe auf da reicht man sich treppe auf okay wow okay verschwörung mal oder oder was ist das hier unfall ah ja will ich wohl nicht schaffen war auftrag nicht erfüllt nicht mehr als gut da fang ich nochmal an mein gott ey okay ja wir versuchen sowieso mehrere versuche werden wir sowieso brauchen aber ich finde schon krass dass man da nicht so hoch kommt ah 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 jawohl davon könnt ihr gerne mal ein gleich da lassen ja sehr geil ups tschuldigung alter also bronze und geben sich jetzt gerade nicht viel ne äh ist gold und silber selbst selbst gold ist gerade alter ah ja was ist das für eine scheiße jetzt ist sogar schon bronze haben wir mir vorbei man äh ach egal warum ich versuche das mal ich verstehe nicht warum warum das dazu ist ey manchmal denke ich mir echt ey was voll der Mist oh 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 ooo ja ooo ooo toll ey jo ooo 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 Jetzt geht es mal über Lava wieder. Ah, toll, ey. Ja, aber die kriege ich eh nicht mehr. Alter, ah, okay. Sehr geil. Oh. Oh. Okay. Ja, fail, wa? Oh. Oh, ja. Oh. Okay, sehr gut, sehr gut. Oh. Oh, oh. Oh, mein Gott, ey. Ja, sehr gut. Gut, Silber bin ich nicht, aber was soll's? Mein Gott. Kann ich ja nochmal aufs Green ein bisschen machen, ne? Dass man da auch immer so viel macht, ne? Dritter Platz, ja, gut. 3,55, 2,60. Das ist aber schon ein krasser Unterschied, ne? Zu den Einbauen ist ja da. 3,55 ist schon krass. Und dann hab ich 2,16 gemacht. Hm. So, der hat auf jeden Fall das, der hat auf jeden Fall ein Ding. Den hab ich auch geschafft. Den hab ich auch. Den hab ich anscheinend auch schon ne, den hab ich noch nicht gemacht. Ach, die sind grau unterlegt. Okay, alles klar. Ja, gut, dann mach ich das mal. Empfohlen wird das, aber ich hab den ja noch gar nicht. Im Moment, das hab ich ja noch gar nicht. Ich bin ja noch nicht Level 42. Ich bin ja das Level 17 oder 18 jetzt. Und jetzt muss ich wieder Schlage Pongsy Baby machen, aber bin ich ja mal gespannt, ey, was das jetzt ist. Ob das jetzt wirklich für Dings ist. Oh. Okay. Meine Fresse, ey. Oh. Hm, okay. Alter, was ist denn das für ne Sch... Wo komm ich da nicht voran, Mann? Die haben wahrscheinlich alle den, äh, den, äh, Winu oder, oder was. Okay. Oh, Mann! Bisschen aufregend, aber egal, mein Gott. Hey! Okay. Ach, Mann! Yeah! Äh, ja. Und hier noch rum. Ähm, ja. Oh! Oh, okay. Oh, 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 oh. Ist ja fast wie, wie, äh, äh, wie hier, wie heißt das, dies, fertig springt immer. Oh, oh. Oh. Alles klar. Hauptsache, Hauptsache wir schlagen, oh ja, richtig, da war ja was. Hey. Oh! Stimmt, den, das, das Level hatte ich schon mal, glaube ich. Hatte ich so das Gefühl. ja und dann ist fertig ne aber nicht gold aber ja mein gott silber ist auch schön ich freue mich auf silber zack level noch nicht level up schade da hat er schon wieder nicht aber zwei minuten 53 hat er gebraucht aber ich habe silber gebraucht ich für gold hätte ich eine minute eins alles klar ja gut also so gut bin ich halt noch nicht das merkt man ja wahrscheinlich auch so voll dann okay jetzt auf jeden fall level 19 wir machen zum schluss mal ein paar kisten auf auf jeden fall habe ich ja gesagt rb machen war auch mal ein paar kisten auf wir haben ein paar fahrersachen motorrad sagen haben wir kisten haben wir wir haben zwei oster sachen denn es ist ja bald ostern was haben wir denn hier überhaupt alles klar zu den aufklebern ok naja da möchte ich kann ich ein nächstes öffnen ich habe einen hasen kopf ausstatten ja ich bin mit der hase kann man ja mal machen so was habe ich hier sechs motorrad für squid habe ich da irgendwas ne ich weiß also manchmal weiß ich nicht was da was dann neu ist da brauche ich level 42 aber da habe ich schon ein paar sachen für okay aber da habe ich schon ein paar sachen für da habe ich auch schon drei rahmen für für die sachen alles klar gut jetzt jetzt verstehe ich das und der tandem ja den kann man nutzen zweit nehmen wir also hier habe ich drei sachen hier habe ich auch drei sachen ja drei und drei sind sechs sagen aber ich habe oben acht rb ist acht ach so fahrer sagen habe ich noch okay was habe ich denn hier zubehör zubehör oh guck mal ach ohren und hier ist eine antenne alles klar gut ausstatten kommen dann haben wir hier noch irgendwas eine eine sache finde pose ich habe neue pose okay nein nein ich habe irgendwie wohl eine neue pose freigeschalten nein welche pose habe ich denn die die habe ich ja schon lange habe ich die nein die nehmen wir mal die einfache standard pose ich weiß jetzt gar nicht welche ich dann neu habe die doch nicht okay die boxer dinge auch nicht glaube ich nicht kann ich mir nicht vorstellen oder die dann nehmen wir die freche so gut dann würde ich mal sagen jetzt level 19 sehr geil mein lieblingszahl wenn es euch gefallen hat dann lasst du einfach eine kleine bewertung da und dann sehen wir uns das nächste mal wieder zu einer neuen ausgabe von trial to icing wäre natürlich geil wenn man natürlich mehr mehr leute zusammenkriegen würde um hier mal so ein privates match zu machen oder einfach mal ich gehe mal auf weltweit irgendwann mal und dann machen wir das mal strecken zentrale kann man dann die strecken wahrscheinlich mal aussuchen oder halt wie gesagt eine private session machen wenn man dann mit freunden oder oder mit euch was machen kann ja mal schauen ne okay dann würde ich sagen bin ich raus dritter weil er ist eine kleine wertung da und dann sehen wir uns das nächste mal wieder zu einer neuen ausgabe von trial to icing in diesem sinne haut rein bis dahin und ciao